Der kleine Nikolaus Am Nikolausabend sprang plötzlich die Tür auf. Ein sehr, sehr, sehr kleiner Nikolaus kam herein. Er hatte meinen dicken Wintermantel an, den er auf dem Boden hinter sich herzog. Mein einziger Hut war ihm über die Stirn und die Ohren gerutscht. In einer Hand hielt er einen Müllsack, in der anderen einen alten Reisigbesen. Der kleine Nikolaus schlurfte auf mich zu, in meinen Winterstiefeln. Er blieb vor mir stehen und sagte mit einer tiefen Stimme, »Bist du der Vater von Felix und Clemens?« Ich nickte. »Aha«, murmelte er vor der kleinen Nikolaus, kramte dann ein altes Heft aus dem Müllsack und sagte, »Leider, leider sehe ich da viele große Sünden. Zum Beispiel gibst du deinen Kindern viel zu wenig Süßigkeiten. Außerdem schickst du sie viel zu früh ins Bett. Und Fernsehen dürfen sie auch nur sehr selten. Und was ganz Schlimmes, du spielst zu wenig mit ihnen.« Jetzt machte der kleine Nikolaus den Müllsack auf und sprach, »Zur Strafe stecke ich dich nun in diesen Sack.« Folgsam stieg ich in den Sack, aber der reichte mir nur bis an die Knie. Der kleine Nikolaus war sprachlos. »Na, diesmal hast du noch Glück gehabt, doch um die Route kommst du nicht herum.« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht, dass du der richtige Nikolaus bist.« »Wieso nicht?«, fragte er erstaunt. »Weil der richtige Nikolaus nicht bestraft, sondern lobt und etwas Schönes mitbringt,« antwortete ich und erzählte weiter. »Der wirkliche Nikolaus war nämlich ein sehr guter Mensch. Und weil er besonders die Kinder liebte und sie beschenkte, feiern wir jedes Jahr zu seinem Andenken das Nikolausfest.« »Aber, aber der Nikolaus hat doch eine Route,« rief der kleine Nikolaus. »Nein,« sagte ich, »der richtige Nikolaus war ein Bischof und trug deswegen immer einen Bischofsstab mit sich. Die Route haben Väter und Mütter dazu erfunden, die glauben, dass ihre Kinder nur brav sind, wenn man ihnen Angst macht.« Der kleine Nikolaus fragte, »Und der richtige Nikolaus beschenkt auch die Kinder, die nicht immer brav sind?« »Natürlich. Schließlich sind die Erwachsene ja auch nicht immer brav,«, erwiderte ich. »Und das stimmt wirklich, dass auch die nicht so braven Kinder ein Geschenk bekommen?«, wollte der kleine Nikolaus wissen. »Ja, das ist wahr,« bestätigte ich. Der kleine Nikolaus war erleichtert. »Also gut, ich bin nämlich gar nicht der richtige Nikolaus. Ich bin der Clemens. Aber du hast mich sicher nicht erkannt, oder?« »Nein, also darauf wäre ich nie gekommen, dass du der Clemens bist,«, werte ich ab. »Gut,« sagte der kleine Nikolaus Clemens, »dann hole ich jetzt schnell den Felix und dann soll der richtige Nikolaus zu uns kommen. Okay?« Okay. Fuck. Ich bin der Sandraus. Hall. Untertitelung des ZDF, 2020